Ich bin David Bartelt und leite das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro, Brasilien. Brasilien gehört zu den Ländern in Lateinamerika, zu den vielen Ländern, die sich jetzt sehr stark in den letzten Jahren wieder einmal auf den Export und die Produktion von Natur ausgerichtet haben. Das heißt, es werden sogenannte Commodities exportiert, also Güter, die sich leicht verkaufen lassen, die standardisiert sind. Das ist der Fall von Brasilien, vor allen Dingen Soja. Brasilien ist jetzt schon für etwa ein Drittel des gesamten Sojas auf der Welt verantwortlich, aber auch, dass es alles gen verändert, aber auch Mais. Und dazu kommt Fleischexport und viele mineralische Rohstoffe. Brasilien ist zwar kein klassisches Bergbauland, aber Brasilien exportiert und produziert dennoch in großen Mengen Gold, Eisenerz vor allen Dingen, das fast ausschließlich nach China geht, und andere wichtige Minerale und seltene Erden. Also Brasilien ist ja gleichzeitig auch ein Industrieland. Und bei beiden, sowohl bei der Naturproduktion wie bei der industriellen Produktion und dem Argo-Business, geht es vor allen Dingen darum, Wirtschaftswachstum zu steigern. Die Regierung, auch die linke Regierung in der Vergangenheit, hat das immer damit begründet, dass das nötig sei, um Armut zu bekämpfen. Es gibt eine immer noch kleine und leise, aber wachsende Diskussion auch im Land darüber, dass dieser Zusammenhang eigentlich nicht funktioniert. Oder dass es auch nicht ausreicht, denn Armut zu bekämpfen und gleichzeitig die eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören. Oder Armut in den Städten zu bekämpfen, aber die Menschen, die in den Gebieten leben, wo Natur zerstört, dann sie noch elender, noch ärmer zu machen, das haut ja irgendwie nicht zusammen. Und diese Debatte ist noch am Anfang, aber sie wächst. Also, erneuerbare Energien ist in Brasilien gar nicht so einfach zu diskutieren, denn Brasilien nimmt sehr selbstbewusst für sich selbst in Anspruch, dass sie ja in einem hohen Maße bereits erneuerbare Energien verwenden und einsetzen. Und meinen damit Wasserkraft, und zwar in Form von großen Staudämmen. Und das ist zwar eine erneuerbare Energie, aber es ist keine nachhaltige erneuerbare Energie, weil diese Energieform hohe soziale und ökologische Kosten hat. Was die Regierung gerade zuletzt auch selbst anerkannt hat, sie haben nämlich ein Projekt, ein großes Wasserkraftprojekt gestoppt im Amazonas. Dennoch ist Amazonas das große Gebiet, wo überhaupt noch solche großen Staudämme gebaut werden können. Im Süden des Landes ist schon gar kein Platz mehr. Und das ist etwas, was Zivilgesellschaft, Umweltorganisationen eben sehr stark kritisieren. Sie sagen, das ist die falsche Form von nachhaltiger, nein, das ist die falsche Form von erneuerbarer Energie. Wir brauchen mehr Wind, wir brauchen mehr Sonne. Noch das dunkelste Dorf in Brasilien hat mehr Sonne als die sonnigste Gegend in Deutschland. Freiburg, Reisgau oder hier die Oberlausitz. Also ein enormes Potenzial. Brasilien hat 8000 Kilometer Küste und auch im Inland ganz tolle Gegenden, wo sehr viel Wind weht. Und wenn man dann es hinbekommt, dass Windparks und Photovoltaikanlagen so installiert werden, dass die Bevölkerung nicht darunter leidet, dass sie einbezogen wird, dass also die Art und Weise, wie man Energie implementiert, auch wirklich partizipativ und demokratisch abläuft, dann hat da Brasilien auch ein enormes Potenzial. Und in der Tat sind rein prozentuell in den letzten Jahren gerade Windparks unheimlich stark gewachsen. Die Sonnenenergie ist noch ganz klein und hat aber deswegen ein großes Wachstumspotenzial. Und da wird sich in den nächsten Jahren in Brasilien viel verändern. Und wir hoffen, dass gleichzeitig das Kernkraftprogramm, das leider die linke Regierung unter Lula wieder aufgenommen hat, dass das nun gestoppt wird. Im Moment sitzt gerade der Vorsitzende der staatlichen Nuklearbehörde im Gefängnis wegen Korruption. Vielleicht ist das ein guter Moment zu sagen, wir brauchen Atomkraft nicht, wir schaffen das mit Sonne und Wind. Und wir brauchen Atomkraft nicht, wir brauchen Atomkraft nicht,